Servus und hallo zusammen Whisky-Freunde. Heute habe ich für euch zwei Heaven Store Single Barrel Abfüllungen dabei. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen Whisky-Freunde. Ich bin der Konstantin und du bist hier auf meinem Kanal Whisky Enjoy, dem Kanal für amerikanischen Whisky hier bei uns im deutschsprachigen Raum und ich habe euch heute zwei Single Barrel Abfüllungen von Heaven Store mitgebracht. Heaven Store, wie man weiß, sind die Abfüllungen, die Bob Dylan auf den Markt bringt. Es ist ein Sauce Whisky und diese Whisky kommen hier auch mit so einem kleinen Flyer an der Flasche daher, der hier so drüber hängt. Da kann man Bob Dylan sehen. Es steht noch eine Kleinigkeit hier in diesem Heftchen mit drin, aber genau. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wer die Geschichte von Bob Dylan und den Heaven Store Abfüllungen so zusammen lesen möchte, der soll dies doch im Internet nachschlagen. Mir persönlich geht's viel, viel mehr um die Spirituose, um den Whisky, den wir hier in den Flaschen haben. Gut, zuallererst gleich ein kleiner Schluck Wasser, um meine Kehle zu befeuchten. Manchmal merkt man mehr als an anderen Tagen, dass man einen Schluck Wasser gebrauchen könnte. Gut, was kann ich euch denn so im Allgemeinen hier sagen? Hier an der Seite steht sehr, sehr transparent auf den Flaschen drauf, was hier denn gemacht worden ist. Das Einzige, das wir tatsächlich nicht erfahren, ist, wo dieser gesourcete Whisky denn herkommt. Vielleicht kommt er sogar gar nicht aus derselben Destille, sondern mal aus dieser oder auch mal aus jener Destille. Was wir allerdings hier bei beiden dieser Single Barrel Abfüllungen wissen, ist, dass es sich in beiden Fällen um einen Tennessee Whisky handelt. Und zwar, ich fange jetzt mal mit dieser Seite hier an, auf meiner rechten Seite, dann müsste es auf eurer linken Seite sein, höchstwahrscheinlich genau. Er ist mit 56,6 Volumenprozenten in die Flasche gekommen, was 113,2 amerikanischen Proof entspricht. Dieser hier ist mit 58,45 Volumenprozenten, was 116,9 amerikanischen Proof entspricht, in die Flasche gekommen. Sprich, dieser hier ist um knapp zwei Volumenprozente stärker wie dieser hier. Wie gesagt, beides Abfüllungen aus Tennessee. Und wir haben es hier mit der Bottle 58 von dem Barrel 11893 zu tun. Und hier haben wir es mit der Bottle 47 von dem Barrel 25 zu tun. Gut, es steht hier noch eine Menge mehr drauf an der Seite. Aber da gehe ich dann gleich, wenn ich meine Zettel hier schon durch habe, noch mal ganz kurz drauf ein. Gut, Age. Ja, beide sind knapp über vier Jahre alt. Somit sind es Kentucky Straight, äh, sind es Straight Bourbon Whisky. Natürlich keine Kentucky Straight Bourbon Whisky, wenn sie aus Tennessee kommen. So viel steht schon mal fest. Genau. Der hier wurde in Fässern gelagert, die mit dem Jar Level 4 ausgebrannt wurden. Diese hier lagerte in Fässern, die mit Jar Level 3, also ein wenig niedriger, ausgebrannt worden sind. Genau, dass es beides Sourced Whisky sind, habe ich schon gesagt. Und genau, die Mesh Bills unterscheiden sich tatsächlich noch ein kleines bisschen. Wir haben hier einen Mesh Bill von 80 Prozent Korn, 10 Prozent Rye und 10 Prozent Malted Barley. Wobei wir auf dieser Seite hier 75 Prozent Korn, 21 Prozent Rye und 4 Prozent Malted Barley haben. Ja, da ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Und was ich heute eigentlich so rausfinden möchte, ist, glaube ich, welcher der beiden noch zu erhältlichen, noch zu erhaltenden Abfüllungen ich denn hier bevorzugen würde. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich einen großen Bogen um die Heaven's Door Abfüllungen gemacht, weil ich kein großer Fan bin von diesen Musiker-Tralala-irgendwas-Abfüllungen, wo sich irgendeine Persönlichkeit mit Geld noch mal irgendwie mehr bereichert. Dafür gibt es genug andere Leute, die sich auf Whisky konzentrieren sollten. Aber hier bin ich nicht daran vorbeigekommen. Es ist mir angeboten worden. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ich auch an dieser Flaschenteilung hier teilhaben durfte. Und ja, dann sind es natürlich auch Single Barrel, also Cask Strengths Abfüllungen. Und das macht mein Cask Strengths Herz doch größer. Und da habe ich mich, gemeinte ich, ich möchte mich drum kümmern. Gut, noch ganz, ganz kurz zur Flasche. Es ist ein schönes Flaschendesign, ist bei beiden absolut gleich und verändert sich bei den gesamten Heaven's Door Abfüllungen auch nur in Nuancen. Also jetzt halt nicht so besonders groß, wie ich zumindest weiß. Es ist ein schöner Holzkorken mit einem schönen Metall eingelassen hier. Ich zeige es euch ja sowieso auch in den Bildern, die ich euch einblende. Hier vorne zu sehen, habe ich nachgelesen, das soll das Gartentor, das Einfahrtstor zum Haus von Bob Dylan sein, der dies selbst geschmiedet hat oder auch nicht. Also wieder sehr viel Marketing an dieser Stelle. Ich finde es persönlich tatsächlich nicht so besonders gelungen. Und ja, vor meine Einfahrt sollte dies nicht kommen. Ansonsten eigentlich eine schöne Flasche mit Prägungen, eine schöne Form. Toll. Insgesamt übrigens hier auch für den deutschen Markt abgefüllt mit 700 Milliliter. Das wollte ich natürlich noch sagen. Die beiden Abfüllungen hier heißen in Gänze Heaven's Door Cask Strength Single Barrel Abfüllungen, Straight Bourbon Whiskies. Und das Ganze ist German Selection bei Schlumberger. Gut, genau. Das sollte doch erwähnt sein, wenn man solche Tropfen hier hat. Und da ein Lob an Schlumberger, dass es natürlich hier auch solche Tropfen dann zu uns nach Deutschland bringt, wie alle Importeure, auf die wir hier so in Deutschland stolz sein können, die guten amerikanischen Whisky zu uns nach Deutschland und auch in den deutschsprachigen Raum tragen, meine ich mal so. Oder eventuell auch ganz Europa. Gut. Tja, kann ich euch sonst noch was sagen? Habe ich mir noch was aufgeschrieben? Ja. Und zwar der Preis. Ich habe mal ganz, ganz schnell danach geschaut, was diese beiden Abfüllungen hier so im Internet kosten. Und zuallerallererst bin ich auf einen circa Preis von 100 Euro gekommen. Das ploppte bei mir zumindest sehr, sehr schnell auf. Sie sind beide noch erhältlich. Von der einen Abfüllung hier, von dieser habe ich dann nach einem kleinen bisschen mehr suchen, dann aber auch einen Preis von 79,90 Euro gefunden. Und das ist doch schon mal deutlich günstiger als 100 Euro. Ja, genau. Aber genau, sie sind beide noch zu haben. Also wenn meine Eindrücke dich heute begeistern sollten, kann man dann auch erwerben. Gut. Ja, wo, kann ich jetzt auch nicht so ganz genau sagen. Gut. Jetzt noch ganz, ganz kurz zu den Sachen hier auf der Seite drauf. Also es steht genau die Mesh Bill hier auf der Seite drauf. Es steht drauf, dass ein Tennessee Whisky ist aus dem Warehouse G. Rig Level F237C. Sagt mir persönlich nichts. Corporate ISC. Das ist, denke ich, der Fasshersteller. Der wäre an dieser Stelle Kelvin. Dann steht das Fasslevel drauf und das Alter, dass ich euch schon gesagt habe, dass man es responsible genießen soll, nicht schwanger sein sollte und so weiter und so fort. Genau. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Mehr möchte ich euch jetzt auch gar nicht dazu sagen, sondern ich werde jetzt als erstes zu den einzelnen Abfüllungen hier greifen und schauen, was die so für mich in der Nase parat halten. Im Glas habe ich sie tatsächlich, da ich die Flaschen langsam bei mir oben akklimatisiert hatte. Sie waren sehr, sehr kalt. Doch schon eine ganze Zeit im Glas. Und jetzt schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie ich die Flaschen heute hinstellen soll. Ich mache es am besten so. Schauen wir mal, was jetzt hier der Heaven Store Cask Strengths mit 56,6 Volumenprozent für mich so in der Nase zu zeigen hat. Schöne karamellig-vanillige Noten. Die 56,6 Volumenprozent sind in meiner geradezu jungfräulichen Nase heute da. Ich habe noch nicht mal wirklich an dieser Abfüllung hier gerochen. Sehr, sehr mild in der Nase. Was ich habe, ist dann auch schöne Noten von Barrel Jar, die hier so kommen. Schokoladige Noten. Tiefe Möbelpoliturnoten. Also nicht so tief, aber sie sind deutlich zu spüren da. Und das ist bei einem vier Jahre alten Whisky doch jetzt nicht so gewöhnlich, da ich diese Möbelpoliturnoten, diese etwas dunkleren Holznoten gerne bei älteren Abfüllungen habe und nicht gerade so bei vier Jahre alten Abfüllungen. Aber hier scheint wirklich ein schönes Fass gewählt worden zu sein. Also diese Möbelpoliturnote, die ist definitiv deutlich da. Muss man natürlich auch mögen. So ein bisschen Toffee, Karamell ist eben da. Das kommt immer wieder hervor. Schöner. Ein bisschen dunkler Honig und leicht nussige Anklänge. Und ich bekomme auch eine fruchtige Note. Und da habe ich hier so ein Mix aus einer schönen reifen Erdbeere und einer reifen Kirsche. Also die Nase kann mir hier wirklich schon ordentlich gefallen und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, wie der hier so am Gaumen sein wird. Ich sehe gerade, ich habe hier heute ein Glas erwischt, das ein paar Wassertropfen hat. Nicht gut poliert. Es mag mir verziehen sein. Ach, der riecht sehr, sehr gut. Eine schöne Würze bringt er auch mit. Ja, schöne Eiche, schöner Barrel-Char, schöne Noten von Möbelpolitur. Diese Erdbeer-Kirschnote als Frucht da. Toffee und Vanille und dabei mild. Und das mit 56,6 Volumenprozenten. Da kann tatsächlich dieser Heaven's Door Single Barrel doch überzeugen. Jetzt lasst mich mal schauen, was so dann der Heaven's Door Cask Strength mit, ich muss ja mal schauen, ich habe es an zwei unterschiedlichen Stellen hingeschrieben. Oh mein Gott. Mit 58,45 Volumenprozenten so in der Nase sagt. Ah, da ist tatsächlich ein deutlicher Unterschied da. Ich habe hier gleich zusätzliche Noten oder andere Noten, so ein bisschen Marzipan, Persipan, was hier zuerst kommt. Schöne vanillige Noten auch. Das Toffee, ein bisschen Honig. Die Eiche ist auch da. Eine schöne Eiche ist da. Allerdings nicht so dieser Barrel-Char. Und auch diese Möbelpoliturnote habe ich jetzt hier nicht ganz so da. Aber eine deutliche Eichenholznote, so ein bisschen so eine Mooreiche, so ein bisschen eine nasse Eiche. Ha, interessant. Also in der Nase unterscheiden sich die zwei Abfüllungen ja dann doch deutlich. Ja. Hier habe ich gleich wieder diesen Barrel-Char da. Diese Möbelpolitur und die Fruchtigkeit, diese Erdbeer-Kirschfrucht. Und hier, ich muss mal kurz an meiner Haut riechen, um meine Nase so ein bisschen zu neutralisieren zwischen den Abfüllungen. Ah ja, aber genau. Hier hat man mehr so eine würzige Eiche, eben so eine nasse Eiche, so dieses Mooreichen-Aroma. Ja. Und so ein bisschen prickelnde, frische Würzigkeit ist dabei. Die Frucht hier geht für mich eher in so eine gelbe Pflaume oder Aprikose. Aber auch sehr schön. Und er hat ja 58,45 Volumenprozente. Die sind auch fantastisch eingebunden in diese Abfüllung. Sehr, sehr schön. Auch diese Vanille-Karamelligen Noten sind da, obwohl das Karamell vielleicht eher zurücktritt. Und die Vanille deutlicher zu spüren ist. Schön. Also wirklich beide sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von beiden für mich der persönliche Gewinner wäre. Wir haben beide wirklich was Tolles. Ja, hier ist dieser Barrel-Jar da. Der macht mich tierisch an, tatsächlich. Ah, der ist einfach so ein bisschen lieblicher, gefälliger. Also da ganz schön zwei Single-Barrel-Abfüllungen. Beide aus dem, ich denke, letzten Quartal 2022 schon. Oder Mitte letzten Jahres wohl auf den Markt gekommen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber schön, dass hier zwei so wirklich unterschiedliche Fässer ausgesucht worden sind. Und jetzt schauen wir mal, was mir diese beiden Abfüllungen denn so auf dem Gaumen sagen kann. Also hier wieder der mit dem Barrel-Jar, der Heaven's Door mit 56,6 Volumenprozente. Cheers, Whisky-Freunde! Uh, Power, Kraft, Volumen und Wärme. Uh, sehr schön. Die Möbelpolitur auch hier auf dem Gaumen sofort wieder richtig kräftig da. Das Holz, schöne Eichennoten, kräftige Eichennoten. So richtig, als wenn man es selber kauen könnte. Gepaart, gemischt mit einer schönen karamellig-vanilligen Bourbonnote. Ganz, ganz toll. Die Frucht ist auch da. Nicht so intensiv, wie ich es in der Nase hatte. Jetzt mehr so auf der kirschigen Seite. Und es geht mehr in so eine, kennt ihr diese Kaubonbons? Mamba. Eben nicht Mauam. Bin ich kein Fan. Mamba. Genau, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Das mit Gelatine hatten wir das Thema schon im letzten Video. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Und ja, diese Mamba-Erdbeere, diese Mamba-Kirsche, die kriege ich jetzt hier irgendwie. Und dabei ist eine schöne Würze, eine schöne kräuterige Würze. So ein Sommer-Kräuterbeet-Würze ist hier auch mit dabei. Gar kein Pfeffer tatsächlich. Der Barrel-Jar ist da. Der bleibt so ein bisschen, bisschen kakaoige Noten. Eigentlich keine Schokolade. So ein bisschen, da bildet sich jetzt so ein Popcorn-Aroma auch im Mund aus. Sehr schön. Ich überlege gerade an was. Aber die Frucht, die ich hier auch habe, da ist so ein bisschen Litchi dabei. So ein bisschen, wenn man einen Litchi-Saft getrunken hat. Sehr, sehr spannend. Wow. Und diese Möbelpolitur, die ist hier. Muss ich jetzt mal schauen, ob ich das auf die Schnelle direkt von der Zunge bekomme. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also der begeistert mich auf jeden Fall schon mal sehr. Jetzt schauen wir mal, was der Heaven Store Cast Strength Single Barrel Straight Bourbon Whisky mit 58,45 Volumenprozenten mir so auf dem Gaumen sagen mag. Cheers, Whisky-Freunde. Mmh, 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 mmh. Okay. Der Antritt ist jetzt hier bei weitem nicht so wie gerade eben bei diesem hier. Glaube ich aber, boah, dass der sehr ähnlich wäre, hätte ich diesen zuerst im Glas gehabt. Weil hier ist auch ein absolut brustwärmendes Feuer da, eine Kraft, eine Flamme. Aber eine so deutlich, kräftig, vanillig, karamellige Note gepaart mit diesen Aprikosen-Noten, die ich auch schon in der Nase hatte. Schöner Honig, ganz weich, ganz mild. Wir haben es hier tatsächlich meiner Meinung nach, also meiner Beobachtung nach, mit wirklich zwei gänzlich unterschiedlichen Abfüllungen zu tun. Wir haben hier wirklich so diesen weichen Zungenschmeichler, diesen Gaumenschmeichler. Etwas, was sich ölig, weich und butterig auch, ja, so richtig im ganzen Mundraum verbreitet und auskleidet. Und hier haben wir ganz eindeutig etwas auf Altgebürstetes mit dieser Möbelpolitur, mit dem Barrel Charm, mit der Würze, die er mitbringt. Und unterschwellig dann auch noch diese schöne Fruchtigkeit von Kirsche, Erdbeere und Litschi mit einfließen lässt. Ja, ja, ganz, ganz toll. Also hier, wer es so ein bisschen ruppiger und kräftiger und, ja, so aufs Maul braucht, so ein bisschen, obwohl es das auch nicht ganz trifft, der ist hier richtig. Und wer es so richtig schön weich braucht, aber trotzdem mit vollem Volumen und Wärme, der ist hier bei dieser Abfüllung der Single Barrel Abfüllungen von Heaven Store an der richtigen Stelle. Und wow, ich muss sagen, ich habe die beide vorher noch nicht probiert gehabt, sondern das ist jetzt mein erstes Mal und ich bin hin und weg von diesen Heaven Store Abfüllungen, die hier von Schlumberger für uns nach Deutschland gebracht worden sind. Wow, wow, wow. Also da ganz, ganz schöne Abfüllungen, die sich auf jeden Fall meiner Meinung nach für den aufgerufenen Preis von 79,90, wie ich diese Abfüllung hier gesehen habe, auf jeden Fall mal nach Hause stellen lässt. Sehr, sehr schön. Wow, toll. Jetzt nehme ich noch einen Schluck Wasser. Ihr könnt sehen, wie ich begeistert bin. Und dann wechsle ich noch einmal zwischen den beiden hin und her. Ja, Barrel Jar at its best. Also, fein. Schöner, schöner Bourbon Whisky. Schön mit seinen dreckigen Noten irgendwie so und hier. Genau, absolut schön mit seinen weichen, cremigen Seiten. Vielleicht sollte man da ja einen Blend aus beiden machen, aber dann vernichtet man hier die Kernnoten der beiden sehr, sehr schönen Abfüllungen. Jetzt probiere ich noch mal beide und dann schaue ich mal, ob ich ein Fazit geben kann, welcher mir denn von diesen beiden der liebste wäre. Wunderbar. Boah, hat der. Jetzt kommt Schokolade auch mit raus. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr schön. Der hat noch viel, viel mehr drin. Was ich von dieser Abfüllung noch habe, das werde ich mir gemütlich am Abend vor der Heizung, vor dem Kaminfeuer antun. Oh, ist der gut. Und dabei so weich. Also, bei aller Kraft, die er hat, trotzdem so überhaupt kein alkoholisches Brennen. Wirklich, mir fehlen fast die Worte, möchte ich wirklich sagen. So, und jetzt aber noch mal von diesem hier. Ich möchte mich gar nicht für einen von beiden entscheiden. Sie sind beide total lecker. Jetzt ist hier auch so ein bisschen die Kirsche mit drin. Hier wird er schokoladiger. Hier wird er fruchtiger. Ich hätte gern zwei volle Flaschen von beiden. Das wird wohl nicht so kommen. Aber ja, es kommen immer wieder sehr, sehr gute Whiskys. Ich kann beide Abfüllungen nur wirklich wärmstens empfehlen. Sehr, sehr schöne Single Barrel Abfüllungen von der Marke Heaven Hill. Zwei Tennessee Whiskys, die wir hier bekommen. Sehr, sehr schön. Und müsste ich mich für eine der beiden entscheiden, wenn es wirklich nicht anders geht, dann würde ich mich tatsächlich hier für diese entscheiden. Und zwar für den Heaven Store Cask Strength Single Barrel Straight Bourbon Whisky mit 56,6 Volumenprozenten, was 113,2 amerikanischen Proof entspricht. Ja, da bin ich doch ein bisschen mehr auf der Seite, wo die Holznoten da sind, wo noch so ein bisschen mehr Kraft, zumindest im Geschmack da sind, wo so ein bisschen mehr Alter drin ist, wo so ein bisschen mehr das Fass, das Ruppige, das Schmutzige da ist. Anstatt hier diesen etwas abgeschliffenen, weicheren Fass, das hier zum Tragen kommt. Aber der hier ist wirklich auch ganz, ganz schön. Und zwei Abfüllungen, die für mich absolut auf Augenhöhe stehen. Gut, jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich alles zu den Abfüllungen gesagt. Und ich möchte nicht, dass das Video endlos in die Länge gezogen wird. Ich hoffe, dir hat es so viel Spaß gemacht, wie es mir jetzt hier Spaß gemacht hat. Wenn ja, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn dir meine Videos allgemein gefallen, dann abonniere meinen Kanal und drück auch auf die Glocke, damit du keines meiner weiteren Videos mehr verpasst. Schau mal in meine älteren Videos rein. Da sind eine ganze Menge interessanter und spannender Abfüllungen da, die sich lohnen anzuschauen. Und zum Schluss bleibt mir wie immer nur zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky and Joy. Tschüss. Dein Konstantin von Whisky and Joy.